Und Willkommen zurück! Hallöchen! Ja, Alice ist... Alice im Wunderland. Alice ist inaktiv, steht hier. Ah, jetzt wieder. Boah, so viel Auswahl. Ich nehm die. Die Schottie! Hier ist ein Bett. Ich bleib hier. Tschüss. Okay, bis später, ne? Wir holen dich dann gleich ab. Ja. Patsch. Wat? Och nein! Achtung! So ne Arschlochmopfe. Wo geht das denn lang? Bei mir. Haha! Das hab ich gut hingekriegt. Ich weiß echt nicht, wo wir hin müssen. Vorsicht! Hä? Molotow hier! Achso, ich hab schon Molly. Mollich! Hä? Sind wir jetzt... Ah, ich glaub ich hab. Ja, ja. Boing! 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 Wer schreit das? Boing! Boing! Wer schreit das? Boing! Ich zerquetscht mein Kopf. Ich geh auf das Dachhaut da rein. Ich geh auf das Dachhaut da rein. Boing! 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 Aua! Slimes! Slimes! Hä? Der lebt ja noch! Lade nach! Muss heilen! Hallo! Ich hab mich grad geheilt. Noch einen Schuss auf mich nicht täglich. Bitch, ey! Weg mit dir! Los raus aus dem Dreck! So, der kommt nicht heult. Da heult noch eine. Huiiii! Da ist jemand wütend. Aber warum? Und wo? Hä? Okay, der kommt von ganz weit weg. Hä? Ist er tot? Ne, ist er noch nicht. Ne, der ist da. Da oben auf dem Dach. Boah! Boah! Du hast ihn im Nahkampf besiegt. Ja. Ich. Wo ist denn die Hexe? Ach, na. Na, dieser scheiß Jockey, ey. Einfach ganz gechillt außen rum gehen. Weg mit dir. Hö, hö, ich bin über dir. Das steht Granatwerfer nehmen. Äh, hast du sonst nix zu tun oder so? Haben Granatwerfer! Haben Granatwerfer! So, wo müssen wir lang? Aaaaaaah! Was ist los? Ich dachte, ich finde hier nur Verbandzeugen. Ich habe nicht mit Zombies gerechnet. Ush! Das wird so schwer gesitzt hier. Dahin ist doch ein Boomer. Mann, lass mich doch mal den Boomer töten. Die Untote misst du, ey. So. Schick. Reload. Und weiter geht's. Hallo! What? Was denn? Ich habe noch eine Rohrbombe. Kommen da viele? Sieht so aus. Ey, nun geht mal die Rohrbombe lieber angeiern statt mich. Mann, passt doch auf! Knallt euch nicht ab! So. Schnell hoch da. Aus diesem Sumpf-Scheiß raus. Die Planke muss runter. Ich mache mal die Planke runter. Sie kommen! Aber die haben nicht damit gerechnet. Wer ist sie? Dass ich einen Granatwerfer habe. Wo kommen die Fehler so eine richtige Bombe reinwerfen? Der ins hispaarzt ahhhh. Ach du kacke. Oh, Munition ist bald aus. Oh nein. Kommt. Oh. Er hat mich voll weggelobbt. Nein! Ich bin runtergefallen. Nein! Muss ich jetzt alles hoch wieder? Nee, oder? Nee. Nee, nee. Achso, dann komm's runter. Mann! Ich hat sie niemanden mehr als diesen scheiß Penner-Jockey, ey. Was ist denn jetzt? Ich hab dieses Dings angezündet. Diesen Benzin-Kanister. Das ist ja richtig. Alter! Alter! Da ist der Schutzraum. ich bin die cpu hat kein bock ja komm halt nur ein bisschen ordnung ich komme halt nie ich schieße ich die an cool machen wir die ganze kampagne in zehn schulen wir gucken mal ob wir die parts überhaupt auseinander schneiden wenn wir da jetzt wirklich so schnell durch sind vorsichtshalber sagen wir noch mal ja bis zum nächsten mal